Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TechItLight. Ich stehe hier immer noch an der Query, die hat nicht besonders viel weiter gemeint als letztes Mal. Und ja, ich sehe hier auch, dass das ziemlich wenig bringt, wenn man nur eine Golden Pipe da anschließt. Deswegen schließen wir einfach mal zwei kommutativ zusammen. Und dann hüpfen die Items schon mal viel schneller durch. Hui, hui. Ich glaube, ich brauche einfach drei da vorne und dann passt das schon so. So gammelt das jetzt alles darum, die ganzen Erdblöcke müssen separat geladen sein, weil... Ja, weil gibt es keine Begründung. Und genau das ist die Begründung, die uns nicht erhält. Aber wir haben einen Haufen Erde. Und diesen Haufen Erde werden wir jetzt erstmal rüberpüffern. Und dann werden wir mal gucken, was unsere Turtle so macht. Weil die ist jetzt noch... Ne, wir wollten gar nicht gucken. Ah, ich erinnere mich, was wir letztens noch machen wollten. Und zwar, wir wollten mit der Magie des Cobblestones hantieren. Und hier... Warum habe ich zwei Pistons gemacht? Warum? Aber weißt du was? Dann können wir auch gleich... Ähm... Vier Dinger machen hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich bin heute sehr kommunikativ veranlagt. So. Tada. Eins, zwei, eins, zwei. Pisten da rein. Da brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone. So ein Stack oder was. Und den klatschen wir erstmal rein. Und Glas. Auch sehr sinnvoll. Und da haben wir hier zwei Sterling Engines. Wuhu. Und wir brauchen ein bisschen Cobblestone. Für zwei Leber. Denn dann können wir exponentiell die Produktion... Produktivität unserer Query erweitern. Junge. Brav. Gleich nehme ich mal den Stack hier raus. Und lasst ihn dann mal ein bisschen... Charcoal farmen. Schaut er schon. Diese Charcoal können wir nämlich dazu benutzen. Hier Engines zu betreiben. Also nicht vier Engines, sondern hier Engines. Und... Da bauen wir jetzt nämlich hier eine hin. Mit einem Leber. Dafür habe ich den Cobblestone nämlich mitgenommen. Ihr seht, alles schließt sich in einen magischen Kreis. Du da lang. Doppelte Energie. Und dann hier die Engine. Wieder bei hin. Anschalten. Kram rein. Fertig. Aber bei den Sterling Engines muss man gucken, dass die nicht volllaufen. Also mit Energie mäßig. Dass die nicht explodieren. Weil wenn die explodieren, dann haben wir eine Query verloren. Und das ist nicht so geil. Wie ihr seht. Query packt gar nicht rum. Wieso sollte sie auch? So. Geht's nämlich jetzt wieder zurück. Mit dem Item Transport. Mal gucken wir hier rein. Und sehen. Hey, guck mal. Das wird ja ein Haufen. Das wird ja richtig schnell. Richtig viel mehr. So. Die Flatsheets brauchen wir jetzt aber nicht mehr im Inventar. Die ganzen Technik-Kram brauchen wir auch nicht im Inventar. Ich müsste mir mal ganz dringend eine Möglichkeit holen. Meine ganzen Sachen. Ein Lager holen quasi. Du da rein. Zutieren. Und den Wassereimer packen wir da drüben rein. Dann rüsten wir wieder unser Schwert aus. Und mit unserem Schwert machen wir jetzt eine heroische Turtle-Up-Farm-Aktion. In Highspeed. Meine Güte ist schon wieder sechs Minuten um. Ja, ich hab mir einen Timer gestellt. Endlich mal. Damit ich euch auch wirklich verabschieden und wieder begrüßen kann. Weil ihr das ja immer so geil findet. So, dann hat sich das auch alle... Alter, warum kommt da so wenig Items bei rum? Voll schlimm und so. Hier waren viel mehr Items. Wahrscheinlich, wenn ich auch das vierfach abgefarmt habe. Aber ich habe noch genug Platz im Inventar. Um erstens hier Cobblestone auszurüsten. Mit dem ich nämlich das Ding hier untermauere. Damit ich die Turtle-Lampen besser wieder rausholen kann. Und dann kann ich hier nämlich weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wasser. Ist das hier ein Reveal? Nee. Und eine Wassernecke. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich gerade war. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Lava. Kann ich das jetzt trotzdem weiterbauen? Ein, zwei, drei. Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dankeschön. Ich bin sowieso alles unterbuddelt. Und da kommt der lustige Tag, an dem wir mal nicht genügend Kohle haben. Okay. So. Which diameter would you like me to mine? 10. Cool. now inserted getötetets korent x-koordinat ok i will start my ding now ok da müssen wir jetzt dann aber zeitnah noch mal ein bisschen kohle vorbeibringen weil ohne kohle arbeitet sie nicht diese ziemlich alles andere auf wieder nacht warum ist schon wieder nacht das kann doch wohl nicht warzen schwein immer wieder hoch die übliche routine kennt man ja betäuscht hier geht es hier erst mal wieder ins bett und wenn wir dann wieder aufstehen können darunter gehen und dem ding sagen bitte hier dankeschön dann können wir hier den cobblestone reinmachen den gravel und alles andere was wir sonst im inventar haben auch dann klauen wir uns hier gleich ein bisschen mal das kann man die kapuzeln lassen hey wir haben ein paar stecks kohle schön also ein paar stecks holz die sich dann wahrscheinlich demnächst durch magische hand und weise in pastex charcoal verwandeln werden diese magische hand wird hier so sich betreiben jetzt wieder die ganzen items die dadurch spammen cobblestone oh mein gott es ist so wertvoll sehr interessant und wir sind schon wieder bei elf minuten das heißt so lange haben wir auch nicht mehr so 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 da auch darüber ich höre mich fast schon an wie mr moore mit meiner lache das geht ja mal gar nicht ähm rettenflash uran runter vielleicht machen wir uns dann mal unseren üblen uran schnick schnack so so ne oh mein gott me advance prozessor oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh wie lange ist das schon wieder her hey das kann aber gar nicht wahr sein ach ja ach ja ach ja ok ich suche einfach mal die crafting rezepte von diamanten durch und da wird es irgendwo dabei sein hoff ich mal hoff ich mal logistic ah logistic pipes das war mein anliegen bossig logistic pipe macht man mit einer diamond transport pipe oh mein gott da kriegen wir gleich ein ganzes deck raus cool das heißt wir machen jetzt erstmal diamond transport pipes was will ich mit der kohle so das da ein glas jetzt brauchen wir noch zwei davon zwei stück bitte danke und strom ist auch alle und strom ist auch alle auf naja kann man wohl nix machen doch man kann was machen man kann hier an den generator ein bisschen kohle schmeißen die hier eigentlich in massen ankommt so und dann kommt wieder strom an also ein bisschen mehr ein eisen bitte noch ein eisen irgendwoher bitte 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 danke schön gleich zwei stück das ist ja voll premium hier haben wir noch goldgears da äh 1,2,3,4,5,6,7,8 gold den gibt es meine ich natürlich gold den gibt es meine ich natürlich so äh ich brauche sogar gerade vier das ist ja mal cool hier oder brauche ich vier nope ich brauche nur zwei aber wurst lieber man hat als man hätte basic logistic pipes ho ho loll stimmt ich brauche viel mehr aber wir haben schon mal 8 basic logistic pipes und mit diesen 8 logistic pipes können wir noch nicht besonders viel anfangen denn wir brauchen zuerst ein haufe strom und alles aber wir haben schon mal basic logistic pipes und ja dafür musste ich die diamanten verschwenden lasst mich so jo da sind wir auch schon wieder ein haufen wie bei der zeit deswegen äh sage ich jetzt ähm wie immer wenn euch das video gefallen hat wäre es sehr sozial von euch wenn ihr einen daumen nach oben geben könntet wenn es euch nicht gefallen hat wäre es auch sehr sozial von euch wenn ihr mir das mit einem daumen runter sagen könntet ansonsten ähm äh könnt ihr auch noch das video favorisieren meinen kanal abonnieren damit ihr kein take it light video mehr verpasst wenn die abobox denn so will und da sage ich wir sehen uns das nächste mal wieder tschöö